Musik Schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. So, schnell Pinkelposer erledigt. Wir haben nochmal geguckt, ob die Geschirrspüle fertig ist. Das ist sie leider noch nicht. Jetzt sind 16 Minuten, aber ja, so lange warte ich jetzt nicht. Dann mache ich das nachher im Stream. Wie gesagt, wir haben ja noch eineinhalb Stunden. Danke auch, ich lade es gerade runter. Ist doch gut, oder nicht? Huch, ich habe doch einen Controller jetzt. So. So. Seht ihr noch irgendwas? Ich glaube, sie wollen mich angreifen. Level 20, keiner. Mal sehen, wie sich Dua-Lima eigentlich jetzt abstellt. Oh, ich renne noch voll rein. Das muss doch wehtun. Ich habe mir jetzt übrigens auch mal eine Jacke angezogen. Es ist echt verteufelt kalt geworden. Das ist echt kalt. Oh, dieser Tag-und-Acht-Wechsel. Kartoffeln, Kartoffeln und nochmal Kartoffeln. Jetzt geht das Erkunden wieder los. Jetzt bin ich aber gespannt, was das nächste Gebiet ist. Der quasi drei Lords haben war. Das heißt, zwei würden ja eigentlich nur noch übrig bleiben. Also eigentlich, eigentlich. Ich glaube mal nicht, dass es einfach nur mit dem Lords töten erledigt ist. Ich denke mal, da wird so einiges anderes kommen. Aber, na guck mal, nimm mir viel Spaß, da bin ich jetzt raus. Okay. Aber schön, dass du trotzdem da warst, Dera. Das hat mich sehr gefreut. Hier sieht einer die Eule? Hier muss eine Eule sein. Arsch. Ja, der musste nochmal sein, ne? Da oben. Dämon. Ich sag mal nicht, wonach das klang. Ich sag mal nicht, wonach diese Eule sie angehört hat. Ich tue es jetzt einfach nicht. Dämonischer Schwanz. Ähm. Okay. Ich finde ich halt damit mega cool. Aber. Einmal. Das sieht etwas sehr seltsam aus. Das sieht etwas sehr seltsam aus. Das sieht noch aus. Dann beide doch lieber den Dämonen-Schwanz. der wolf die zu ihr passt nicht und zu du ihm passt auch nicht alle schweinchen das sieht mega aus das ist gut das ist sehr gut mäßig der kampf ist gut da ist ja so nichts äh äh oh Oh, man kann angeln. Angelspiel, Zusammenfassung. Im ganzen Dana liegen Angestellen verstreut, die verschiedenen Fischarten bieten. Nutz deinen Fang zum Kochen, verkauf ihn für Geld und schalte sogar neue Titel damit frei. Also pack die Angel aus, wenn du neue Angestellen findest. Schritte beim Angeln. Das Angeln besteht aus vier Schritten. Leine auswerfen, Fische anlocken, Fische anbeißen lassen und die Fische schließlich einholen. Mehr Informationen zu diesen Schritten findest du unter Angelsteuerung. Das wäre doch jetzt bestimmt was für Iron. Geistiger Wesen. Äh, hier, gibt's was zum Angeln? Musst du wissen, wie es geht? Geistiger Wesen. Geistiger Wesen. Passt, boh. Komm schon, angeln wär doch was. Mappa ist nicht da zum Angeln. Also musst du für Mappa angeln. Nein. Also wenn ich so die Füsche anlocke, dann verschränke ich sie aber eher. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich hab echt keine Ahnung. Wie? 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 Juhu! Juhu! Äh, er hat's nicht gesorgt, ne, er hat's wirklich versorgt. Nee, also eigentlich nicht. Ich muss mal diese Flüge abmachen. Warte mal. Angeln wir eben, ja. Es hätte doch sein können. Willst du nicht angeln? Nicht? Also wirklich, wirklich nicht? Weiß nicht! Das war einfach so... Einfach so eine Annahme. Es hätte doch sein können! Ich wollte doch nur ein Thema finden. Das wäre doch möglich gewesen! Es wäre doch möglich gewesen! Oder? Welche musst du mich? Oder ein Jagdspier, aber um die ganze Weltkugel. Hä? Dann scheint es ja zu wissen, wie man mit einer Route richtig umgeht. Aha! Ich angle schon lange und habe mittlerweile richtig gute Ausrüstung. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich teile sie mit euch, wenn ihr mögt. Ich hätte als Gegenleistung gern nur eine Sache. Seid froh, ich würde dich gerade mit dem Wähler-Kabel würgen. Aber liebevoll. Hä? Wie kann man nicht jemanden liebevoll würgen? Hä? Ich bitte nur darum, mir aufzeichnen, wo ich jedem gefangenen Fische zu zeigen. Ihr mehr ihr gefangt, desto mehr Ausrüstung werde ich euch geben. Wenn ihr irgendwas braucht, bin ich immer da. Habt keine Angst, jetzt komme ich anzusprechen. Angerexperte. Der Angerexperte im Talgerteich bringt dir die Grundlage des Angels bei. Zeig ihm deine Notizen für Tipps, wo du Fische findest, die du noch nicht hast. Er schenkt dir neue Ausrüstung, je nachdem wie viel du gefangen hast. Zum SM gehört. Nein! Noch nie? Langweiler. Ich geb's zu. So, ich entferne die Flüge einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich nur mit ihr angele. Ja, ich kann nur mit ihr angeln. Ja, da muss ich leider... Ich bin nicht einfach. Und jetzt bin ich frei. So, ich bin nicht da. Lachen irgendwo. Ich bin kein Problem. Ich bin kein Problem. Ich bin kein Problem. Ich hab meine Güter. Du bist du Been. Okay. Das wird dann nichts. Hau ab, Flieger. Hau ab, Flieger. Ja! Carrot-Forelle. Seltenheit. Neuer Rekord. Juhu, ich habe einen Fischi. Wenn Fliebchen piep, kann ich auch über eine Blumenwiese hüppeln. Könntest du? Ich habe einen Fisch gefangen, ich habe einen Fisch gefangen, ich habe einen Fisch gefangen. Ich habe einen Fisch gefangen. Was ist hier los? Puh, ihr habt mir das Leben gerettet. Jetzt kann ich mich wieder meiner Miss... Vergessen, was ich gesagt habe. Geht nur weiter. Okay, imperialer Schild. Der ist aber schlechter. Alter, wie will sie eigentlich mit dem Schild kämpfen? Jetzt muss ich vom Handy aus dem Auto erstmal weiterschauen. Ich brauche vom Auto einen Platten. Ich will nicht auf meiner Felge weiterfahren. Oh nein. Das ist aber ärgerlich. Hast du das denn schon wieder hingekriegt? Wobei, mein Großvater hat es tatsächlich damals immer geschafft. Ich glaube, dreimal im Monat. Seine Greifen kaputt zu fahren. Dann hoffe ich, dass das schnell wieder in Ordnung geht. Tschüss, wie war es eigentlich mit der reforms in Dioh-Halim? man bringt mir mein zirk vor beim rad im auto aber nichts um auto zu gehen die schraube auf machen scheiße oder recht mit rechnet man aber auch nicht mit mir aber wenigstens hast du noch ein rad ist ja schon mal gut so hallo händler waffel schmieden nein da fehlen uns sachen für aber das hier kann ich machen das kann ich auch machen ich warte erstmal kurz die ist hübsch die waffe hier nehme ich einfach nur was hübsches hier nehme ich was so gut ist alter okay dein mauer druck mir mal nachher die daumen macht das erste mal raps oder zumindest eine art raps das mache ich zeigt dann unbedingt wie es aussieht raps haben wir auch schon mal gemacht also selber gemacht ja gut das hier brauche ich nicht unbedingt das ist ein euren buch das hätte ich gerne und bei ihm ist soweit nichts das heißt ich kann ja auch das die facke klauer machen das ist ein euren buch 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 koch effekt dauer er ist eine erze er habe ich nur weit mehr aus der energie gekippt oh lecker mit wem reden wir mit log, saru oder dualim mit wem wollen wir reden die haben halt alle redebedarf gerade wirklich alle mit nem geist wir sind nicht denn fast wo verdammt äh wir reden mit dir sarah machen wir jetzt einfach mal wir haben einfach alle die haben ihn nicht zu will weißt du doch gar nicht aber ich wünsch dir eigentlich wunderschön schön dass du rein schaust ich hoffe du hast dich von gestern abend erholt war ja doch recht lang beziehungsweise auch von deinem arbeits in deiner nachtschicht in deiner arbeitsnacht wir haben auf jeden Fall schon schweren Buskampf hinter uns wir sehen was in der nächsten Stunde noch so passiert die wir hier noch sitzen und geht bald wieder los dann wieder bis 6 dann wieder bis 6 richtig leid also nachtschicht ich bin zwar nachtschichter äh ich bin zwar ne nachtschicht ich bin zwar nachtmensch aber nachtschicht irgendwie nein ok ok nee von 18 bis 6 hätte ja sein können dass du vielleicht auch eher mal weg kannst bei manchen ist es tatsächlich unterschiedlich die hier so rumlungern dann mach ich es mir besser für Kymia da hat aber einer richtig Bock drauf jetzt ihr über ihren Bruder zu reden nehm doch so bis zum 1.1.22 habe ich durchgehende nachtschicht ah ja wochenende hast du oder oder musst du am wochenende auch arbeiten hallo meine süßen Vögel kann man das essen ich weiß es nicht du kannst es ja mal versuchen ob man es essen kann ist aber einfach zu spät ja lübt ne im Kristall äh warte mal ich möchte ja mal bei den Outfits der Waffe noch mal kurz gucken die Klinge ist natürlich auch geil ich liebe halt eigentlich alles was leuchtet ne tünn schlechter Klinge sieht halt schon geil aus ne aber wir nehmen erstmal das hier bei dem hätte ich aber gerne ein anderes Kleid genau das da und ich bin trotzdem noch nicht fertig ne für ihn hatten wir keine neue Waffe geholt würde ich das gerne nehmen oder das 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 ist halt auch echt schick ok jetzt dürfen wir durch die Gegend da äh das der vom kanzel genießt es vielleicht würde Zeit dass ich meine Geheimwaffe einsetze kann sie an Ort und Stelle stoppen Das geht. Okay, äh, wenn flinke Gegner wie Wölfe oder Affen erscheinen, so lieben der Mann der Stunde. Seinen Booster-Eingriff setzt sich heraus, weil ich künste ein Ende, sodass sie Eingriffe nicht mehr entwischen. Ja, sehr schön. Hat ja auch vorher kein Problem mit, aber... Er sieht nett aus. Oh, wir haben jetzt 300 HP. Cool. Sehr gut. Ja, das ist sowieso schon nicht mehr wert. Ja, das ist sowieso schon nicht mehr wert. Ja, das ist sowieso nicht mehr wert. Es ist ein alten Danna-Dana-Dana-Dana. Ich habe die Verlust von Lena-Dana gelegt. Ich habe die Menge von Menschen, die das Schmutz... Das ist, dass ich mich mit der Lena-Dana handelte. Wenn ich mich mit dir sagen, ist es nicht möglich. Es ist das, was ich nicht. Aber ich... Ich habe mich mit dem Lena-Dana-Dana gehalten. Es ist nicht verletzbar. Hat er auch興趣? Ich glaube, dass ich mich mit ihm verletzen muss. Ich liebe es, die Menschen zu erinnern. Ich liebe es, dass sie sich fühlen. Aber sie haben sich so viele古ische Dinge nicht gehalten. Was ist das, was ich? Ich habe es sehr, sehr gut. Warum? Das ist das Schmutz des Wissenschafts. Sie sagen, was das? Das ist doch kein Problem. Das ist doch nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so.